moin leute wir spielen heute lunch lady und in dem spiel geht es darum man muss zehn seiten sammeln also zehn papier steht ja auch da steht die zehn seiten für die abschlussprüfung und die dicke kantin frau versucht uns aufzuhalten man muss dazu sagen dass sie zwar dick ist aber ziemlich sexy gehalten nein sie ist mega sexy sehr knapp bekleidet zumindest kann man dich wieder hören ja jetzt möchte ich ich habe schon mal medikett wir brauchen auch die schlüssel ja ich höre sie auch nämlich die schlüssel um nach und nach die türen aufzumachen wenn andere bereiche vorzudringen so spät würde die mich hören ein kleines problem ist wenn die einer sieht hat die eigentlich auch also bis jetzt war weglaufen immer keine lösung weil die einen auch also gefühlt hört die die steps von einem oh gott was medikett gefunden herzlichen glückwunsch ja dieser sound der dann kommt der ist so laut ja ich gucke auch schon ob ich irgendwo wir müssen immer bei eins anfangen ich dachte der speichert das wo ist sie bei dir ich weiß nicht ich weiß nicht so irgendwie geistig verhindert hast du mal überall die türen zu kannst du mal aufhören so laut zu reden die hört uns doch so mach deine lampe aus weißt du sie ist oben und die türen überhaupt aufmachen ja hast du denn die türen geöffnet? hast du denn die türen geöffnet? ich glaube sie ist oben ich traue mich hier gar nicht laut zu reden ich habe sie ich habe irgendwie ich muss den schlüssel übersehen haben ja wo muss ich denn jetzt hier überhaupt nach? ja 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 Es sind hier überall die Türen auf, das war ich. Was ist hier, das war ich. Ich seh es hier nicht mehr. Fuck you! Du bitch, du hässliche Medeller-Kack-Bratpfanne da, ey. Scheiße! Die hat die Tür aufgemacht. Verdammte blöde Kuh! Mit linker Maustaste... Das hab ich auch noch nicht so... Mit linker Maustaste kannst du dich selber heilen. Das hab ich auch noch nicht so... Entweder kriegst du die Tür auf oder nicht. Ja, die kriegt die auf. Jetzt sind wir hier. Das gibt's doch nicht. Hier muss doch ein Schlüssel sein. Das gibt's doch nicht so... Ge thế! Dpr. Dpr. Oh Gott, die war doch gerade noch mal da drauf. Oh Gott, wie geht das denn? Lauf ich mal schnell weg. Es ist jetzt mega dunkel ohne Tischenlampe. Es ist kein Fenster. Komm, scheiß drauf. Geh raus. Die ist nur am Jammern. Ich kann dir helfen, aber ich weiß nicht wo du bist und ich weiß nicht wo sie ist. Ich kann dir helfen. Wo bist du? Hab ich doch gesagt. In einem Büro. In welchen? Ja, was weiß ich. Ich komm hier nicht raus, sondern zwei Türen. Allebei zu. Hab ich schlecht durchdacht. Hier sind überall Büros. Ja, ich glaube ich weiß wo du bist. Ah, hi. Hab die Tür gehört. Ah, oh Gott. Was machst du da unten? Ja, hi. Komm doch hoch. Ich hab mich grad richtig erschrocken. Pst, 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 pst. Ja, pst, pst, pst. Du hast die Tür aufgelassen, oder? Pst, 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 pst. Was ist das? Das ist so schwer zu hören, ob die Ohren ist oder nicht. Komm mit, ich weiß wohl wie die Kit ist, ne warte, ich hab jetzt meins an dich verschwendet, also benutzt. Okay, hier ist gar nichts. Die eigenen Steps sind auch dermaßen alt. Hier bei mir ist noch ein Medi-Kit. Das sind die roten Schränke. Also ich finde so gut wie gar nichts. Medi-Kit okay, aber ich finde keine Zettel. Oh, die Sackgasse. Gibt es so ein Feuerlöscher aufnehmen? Nein. Wenn man nur sehen würde, wo sie down geht. Ey, die andere Runde bist du die ganze Zeit drauf gegangen. Wo bist du? Wo wir vorhin die ganze Zeit waren. Hier. Hi. Hallo. Ey, warum hatten die das noch nicht so abgesehen? Ich hab ein Déjà-vu. Was ist denn das? Ja. Ich auch. Wo ist sie? Nicht schon wieder. Ist dich. Ich hoffe jetzt einfach. Und sie sind uns ist los. Ich hoffe es mich nicht gut. Nicht dein Ernst. Scheiße. 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 Sie hat mich erwischt. Oh, so eine Spiele sind nichts für mich. Ich hab nicht bis hin. Ich kann mich selber heilen. Ich kann mich selber heilen. Warte, ich warte bis sie weg ist. Sie ist weg. Oh mein Gott. 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 Das ist nicht hier einfach. Sanity ist hier. Hier war ich schon. Kann das sein, dass es hier überhaupt keine Schlüssel gibt? Aber ich finde auch keine blauen Hefte. Wir haben erst zwei. Wir sind schon eine Viertelstunde dabei. Doch, wir müssen Schlüssel finden. Da war nichts. Wir haben fast alle Medikits verbraucht. Das ist auch kein Schlüssel. Das gibt es doch nicht. Das ist auch kein Schlüssel. Das ist doch kein Schlüssel. Das ist doch kein Schlüssel. Ja, wir gehen an. Das kann doch nicht wahr sein. Will ich mich verarschen oder was? Wieso kommt die ständig zu mir geschissen? Was will die denn von mir? Ist sie doof? Ich habe nicht mal was gesagt oder so. Woher weiß sie denn, wo ich bin? Die blöde... Die ist so hässlich und fett, ey. Ich habe die noch nicht mal geguckt. Ja. Ich bin aber... Wie findet die uns denn? Also ich habe sie gerade aus Versehen angeleuchtet. Ich nicht. Ich stand in der Ecke und es war dunkel. Und sie kommt und tötet mich einfach. Alter, das ist so unfassbar schwer, ne? Und es ist normal. Es geht nicht leichter. Schwierigkeit normal. Das ist die leichteste Stufe. Ich muss doch wir schaffen. Typ. Okay, eine ruhige Runde zum Reinkommen. Ähm... Ja, ich hoffe ihr habt trotzdem ein bisschen Spaß. Ich habe nicht viel zu reden, aber... Nächstes Mal. Ich hoffe wir sehen uns dann wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao. Auf Wiedersehen.